Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, wieder bei einer Sendung mit Frau Prof. Ruth Lapid, die heute wieder zu Gast in unserem Studio ist. Auch Ihnen, Frau Lapid, herzlich willkommen. Grüß Gott bei Bibel TV. Es ist schön, dass Sie wieder da sind. Wir haben wieder heute Zuschauerfragen. Ich habe eine ganze Reihe kreuzt und quer. Wir wollen versuchen, möglichst viele, aber nein, wir wollen dann auch richtig antworten. Aber ich fange gleich mal mit einer an. An Ruth Lapid schreibt an, Zuschauer, Jesus kommt viel zu kurz in den Sendungen. Es wird sehr viel ausgelegt über das Jüdische, aber Jesus kommt mir zu kurz, schreibt er. Stimmt das? Das stimmt doch nicht. Es gibt sehr viele Leute, die sagen, zum Beispiel Leute aus der jüdischen Gemeinde, müssen wir ja auch gelegentlich zitieren, die sagen, ja, ich beschäftige mich viel zu viel mit Jesus. Ich. Das ist nicht der Fall, sondern Sie wissen es ganz genau, dass meine Arbeiten in einem Korpus dastehen. Von dem ersten Buch der Tora, Bereshit, Barah Elohim, Etashayim, Ayim, Beta Arez, bis zum letzten Buch, wo wir alle... Wie hast du jetzt gerade zitiert? Das am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Habe ich doch. Bereshit, ja. Klingt sehr schön. Vom ersten Buch, vom ersten Buchstaben bis zu den Schlussworten mit der großen Hoffnung auf die der einzige Erlösung, ist es für mich eins, ja, und da will ich den Herrn trösten, ich nehme ihm nichts weg, keineswegs, aber Jesus ist mir in der Tat sehr lieb, sehr lieb, sehr interessant, ich kann viel von ihm lernen und wie er selbst sagt, war er doch Jude und lebte im Lande der Juden, ich bin zu Israel gesandt, sogar zu den Schafen Israels, ich bin nicht zu den Heiden gesandt, plappert nicht wie die Heiden und ich habe Verständnis dafür natürlich, dass sich diese Botschaft dann erweitert hat und dass die Heiden sich von dieser Botschaft dieses Juden so wundervoll angenommen fühlten, ja, das ist eine erfreuliche Tatsache, aber er selbst wusste nichts davon, er kam zunächst zu den Juden. Sie haben ja oft gesagt in dieser Sendung, das griechische Messias war Gott und wahrer Mensch, da können Sie nicht mitmachen, das geht Ihnen zu weit, das Christliche, aber Jesus ist für Sie auch eine ganz, ganz große Figur. Ja, ich habe gesagt, also sehr vieles in der christlichen Lehrmeinung und in der Berichterstattung über Jesus ist mir vertraut, wenn ich in der Kirche zuhöre, wie in nur ganz kurz gestreift, jetzt ja die Hoffnung auf die Auferweckung oder wenn Sie sagen die Auferstehung oder die Hoffnung auf die Messias Erlösung, Mashiach, hebräisches Wort, hebräischer Inhalt oder die Metanoia, die Möglichkeit der Umkehr, der Reue, der Wiedergutmachung, der Vergebung, all diese wundervollen Tatsachen, die vom hebräischen Gottesgeschenk herkommen, die sind mir kostbar und teuer und die sind im Namen Jesu in die Heidenwelt hinausgekommen. Es gibt aber drei Grenzsteine, nenne ich es mal, gedankliche Grenzsteine, die ich nicht nachvollziehen kann und auch die nehme ich zur Kenntnis. Das ist das Verständnis der Zugang zur Trinität, mache ich mir nichts vor, obwohl ich nachforschen kann, manchmal tue ich das über die Herkunft, die Entwicklung dieser Begriffswelt, also die Trinität. Zweitens die griechisch verstandene Gottessohnschaft, denn mit der hebräischen Gottessohnschaft habe ich keine Probleme. Ja, in diesem Sinne sind die Propheten auch. Ja, Moses auch und in Psalm 2 steht, dass Gott die davidischen Könige adoptiert hat. Ja, ihr höret auf ihn oder sie alle, sie sind meine Söhne, heute habe ich sie gezeugt. Ja, und dann selbst Paulus von Tarsus sagt in Römer 1 bis 9, dass Jesus von Nazareth nach der Auferweckung zur Sohnschaft von Gott eingesetzt wird. Ja, also da habe ich in all diesen Sachen kein Problem, bloß aber mit der griechischen Gottessohnschaft, da habe ich Probleme, denn die wird anders verstanden im griechischen Raum. Das sind viele römische Könige, griechische Bürgermeister, die waren alle Gottessöhne, geboren von einer Jungfrau. Und dann die wahrer Gott und wahrer Mensch, also diese drei Grenzsteine lassen wir stehen. Es gibt ja auch, es gibt eben Unterschiede zwischen dem Christentum und dem Judentum. Es gibt auch innerchristliche Unterschiede, was wollen Sie? Ja, das gibt es auch. Aber die eine Frage dieses Zuschauers aus Neukirchen haben Sie eigentlich im Grunde schon beantwortet. Er fragt mich, ist Frau Lapid eine Judenchristin? Das sind Sie nicht, Sie sind Jüdin. Ja, natürlich. Und keine bekehrte Jüdin oder keine christliche Jüdin. Ich weiß gar nicht genau, darüber sollten wir mal eine Extrasendung machen, was eigentlich Judenchrist ist. Es gibt ja die messianischen Juden. Ja, darüber müssen wir reden, denn wenn Sie wollen, da gibt es große Fallgruben. Denn an den Messias glaube ich doch und ganz intensiv. Ja gut, aber Jesus war für mich in diesem Sinne der Messias. Da will ich Ihnen antworten, Jesus von Nazareth war zu seinen Lebzeiten für viele Juden der Messias. Ja. Ja, und kann man in der Apostelgeschichte nachlesen, für viele Juden war er der Messias. Auch für seine Jünger, ja klar. Ja natürlich, aber nicht im griechischen Sinn, wie das heute ist. Nicht Gottes Sohn im griechischen Sinn. Und das ist die Wasserscheide. Das haben Sie ja gerade eben erläutert. Aber das war auch in dieser Entwicklung wichtig. Aber dieser Zuschauer, der schreibt auch, und zwar hat er die Sendung gesehen über Pharisäer und Zöllner, die in der Tat ja eine sehr starke Interpretation von Ihnen ist. Nein, die ist historische Auslegung. Denn es gibt keinen Zöllner, entschuldigen Sie. Das ist keine Interpretation. Es gibt, der Zacchaeus zum Beispiel war kein Zöllner und das führt irre, kolossal. Manchmal kommen Zöllner zu mir und sind gedrückt und verzweifelt. Nein, der war Steuereintreiber. Ja, aber nicht Einkommenssteuer. Nein, römische Steuer. Römische Kopfsteuer, so wie die Nazi-Reichsfluchtsteuer. Ja, ja, das weiß ich. Aber wir wollen jetzt auch nicht mehr auf dieser Seite. Da haben alle Pharisäer darunter zu leiden gehabt. Aber dieser Zuschauer schreibt auch, und dann komme ich zu dem Entschluss, dass ich mir diese Sendung nicht mehr ansehe. Einfach aus dem Grunde, das nimmt mir meinen einfachen biblischen, christlichen Glauben. Ich sehe, liebe Zuschauer, siehst du, das ist der Unterschied zwischen dem, was den Juden im Mittelalter geschehen ist. Sie wurden verbrannt und verbannt und galten als Gottesmörder. Ich habe Respekt, wenn du den Film nicht sehen willst. Respekt. Aber im Grunde genommen bezieht er sich auf das Neue Testament. Denn die Leiden unter den Römern, das war das ganze Volk Israel damals gewohnt. Die Römer hatten 300 Jahre dieses kleine Land Israel regiert. Warum? Weil sie dieses Durchschnittsland, Durchgehland, Durchschreiteland von Ost nach West und von Nord nach Süd dringend brauchten für ihre imperialen Schachzüge. Und deshalb waren die Römer da. Nicht aus Jux und Tollerei. Auch andere Imperatoren waren da. Die Griechen, die Ptolemäer, die Seleukiden, die Babylonier, warum es so zentral gelegen war, auch das müssen wir zur Kenntnis nehmen, aus rein irdischen Gründen. Und deshalb ist dieses Land so begehrt gewesen von vielen Völkern. Hier schließt sich direkt an die Frage, auch die kritische Frage eines weiteren Zuschauers aus Greifenstein. Er sagt, sie sagen, also er zitiert, die Jesu Gegnerschaft, das waren nicht die Juden, sondern die Sadduzeer, die an keine Auferstehung glauben, und die brutalen Römer, die ja als Besetzer jeden Rebellen bekämpften, somit auch Jesus Christus. Sie heben ja in der Tat immer sehr stark ab auf die Römer und die Sadduzeer, nicht ganz so stark, aber die Römer, die Besetzer. Und es gab aber doch sehr viele Gegner, auch in der Judenschaft, bei den Juden. Und er zitiert eine ganze Menge von den Pharisäern, die Jesus verfolgt und ihn angegriffen haben. Nein, das stimmt nicht. Ich möchte bitten, dass der Herr, dieser Herr, wie heißt er? Nicht der Herr, Gott. Nein, wir nennen ja keine Namen dieser. Nein, wenn ich sage, der Herr, muss ich doch sagen, Herr Y. Ja, das ist gerne. Ein Moment, ich will antworten. Hier ist sehr wichtig, dass er heute Abend lesen möge, beispielsweise Lukas Evangelium, Kapitel 13, Vers 31, wo wir deutlich lesen, und die Pharisäer warnten Jesus und seine Freunde vor den Verfolgungen der Römer und der Herodianer, die ihm nach dem Leben trachteten. Die Pharisäer waren die Freunde Jesu. Sie wurden bloß später, als nach 70 das Volk untergegangen war durch die römische Okkupanten, ja, wurden die Pharisäer hochstilisiert zu Feinde. Sie waren seine Freunde. Ich kann viele solche Zitate bringen. Also, aber ich kann hier Zitate, Matthäus 3 steht in diesem Brief von Johannes der Täufer. Als er nun viele Pharisäer und Sadduzeer sah zu seiner Tafel kommen, sprach er zu ihnen, ihr Schlangenbrut. Oder die Bergpredigt, wie ähnelt, denn er, Jesus, lehrt sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrung. Das ist eine fehlende Übersetzung. Die Heilung der Blinden und Stummen in Matthäus. Aber die Pharisäer sprachen, er treibt die bösen Geister aus durch ihren Obersten. Oder, als die Jünger raufen vor Hunger ein paar Ehren am Sabbat in Matthäus 12, als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu ihm, siehe, deine Jünger tun, was am Sabbat nicht erlaubt ist. Und, oder, es ist Matthäus 12, da gingen die Pharisäer hinaus und hielten Rat, wie sie ihn umbrichten. All diese schönen Sätze sind verkehrte Übersetzungen. Nicht alle. Entstellung, doch, selbstverständlich, zum Beispiel die Sabbatfrage. Zum Beispiel, da will ich Sie fragen hiermit, das sind Verzerrungen, die niedergeschrieben wurden gegen die Juden, als die Sache schon schief stand mit den Römern nach der Rebellion von 70. Bitte bedenken Sie, dass die Evangelien geschrieben wurden ab 70, ein Jahr mehr, ein Jahr weniger, wo das Judentum in Israel, im Lande Israel schon von den Römern vernichtet worden war. Sodass sie, die Sadduzeer, vernichtet worden waren und die Jesusgemeinde wurde vernichtet. Es blieben übrig die Leute, die nicht mehr Juden waren, die das Evangelium aufgeschrieben haben, für das Heidenpublikum. Schließlich, das wissen Sie doch in einer griechischen Sprache, nicht mehr im Hebräischen des Jesus von Nazareth und der Apostel Schar. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Aber ist es denn so schlimm, wenn ihn auch die Schriftgelehrten und die Pharisäer verfolgt haben? Sie haben ihn nicht verfolgt, im Gegenteil, sie haben ihn geschützt. Ich habe ja Zitate schon gebracht, also das bin ich nicht bereit zuzulassen. Und Johannes der Täufer, im Übrigen, war aus der Sadduzeer-Familie. Jesus sprach, seht zu und hütet euch vor dem Sauerteich der Pharisäer und Sadduzeer, Matthäus 16. Das ist hineingesetzt nach der Zerstörung, wo man also nur die Pharisäer hatte als Begriff, wo man sich distanzieren konnte. Die Leute, die das Evangelium niedergeschrieben haben, nach 70 waren keine Juden mehr. Desgleichen spotteten auch die Schriftgelehrten und Hohenpriester und Ältesten. Es sind ganz viele Zitaten. Warum schreiben Sie nicht? Ist das alles falsche Übersetzung? Ich bringe Ihnen, ja, viel schlimmer noch, Interpolierungen, Hineinzerrungen gegen die Juden, zu einer Zeit, als die Juden von den Römern gehasst und besetzt wurden. Ich gebe Ihnen doch die Beispiele, wie Pharisäer den Jesus gerettet haben. Gut, das gibt es auch. Aber Sie lassen mich nicht reden. Es gibt genauso viele herrliche Stellen, wo die Pharisäer seine Freunde waren. Zum Beispiel Markus Kapitel 12, Vers 28 bis 34. Da steht ein wunderbares Lehrgespräch zwischen Jesus und pharisäischen Kollegen, wie es üblich war. Nämlich, sie fragen ihn, so wie man heute auch unter Gelehrten fragt, was halten sie von der Ökologie oder dergleichen. Dann fragen die Pharisäer untereinander, was hältst du für das vornehmste Gebot? Und die Antwort von Jesus ist ganz prima, sie ist einfach hervorragend. Oder wenn die Versammlung mit jüdischen pharisäischen Frauen stattfindet, in Lukas Kapitel 8. Was haben jüdische pharisäische Frauen, wenn dem so wäre, wie Sie mir lesen, damit zu tun? Dort steht wörtlich, dort steht wörtlich, und die jüdischen pharisäischen Frauen aus Jerusalem unterstützten Jesus und seine Freunde aus ihrer Habe. Es gab solche und solche. Dann sind sie schon einen Schritt weiter. Vorhin haben sie nur andere gebracht. Ja, nein, es gibt keine Pauschalierung. Und ich gehe noch einen Schritt weiter, indem ich die Schrift kenne. Nein, es gab keine Pharisäer, die Jesus befeindet haben. Es gab sehr wohl Unterschiede in der Auslegung. Und das gibt es heute auch noch. Es gibt heute auch noch, wie Sie wissen, in Deutschland unter den Gelehrten ganz massive Unterschiede. Schon allein zwischen Katholiken und Protestanten. Die Katholiken erkennen ja die Protestanten, wenn ich das so sagen darf, nicht einmal als Religionsgemeinschaft. Doch, da kommen wir aber jetzt. Nein, 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 nein. Das müssen wir auch sagen. Nein, nicht als Kirche an, aber Religionsgemeinschaft schon. Also das gebe ich als Beispielchen, damit wir uns beruhigen. Damals war es nicht halb so schlimm, sondern sie waren untereinander in Diskussionen. Ja, sicher. Aber es waren auch die Pharisäer, die gegen ihn waren. Aber einige waren es. Nein, sie waren als Gegner da, aber nicht als Feinde. Und sie waren als Diskutanten da. Ich diskutiere mit ihnen doch auch und wir mögen uns. Ja, ist klar. Wir sind heute jetzt bei den kritischen Sachen. Was viele Leute sehr gestört hat, ist, dass sie in der Paulus-Geschichte, dass sie Paulus vor Damaskus, dass sie da unter anderem auch davon sprachen, Paulus habe möglicherweise einen epileptischen Anfall gehabt. Das haben viele christliche Ärzte und köstliche Ausleger gesagt, vor mir schon. Das ist nicht mein Sondergut. Ich weiß, wir haben uns im Sommer mal getroffen mit einem gut katholischen Chefarzt aus München und da habe ich ihm auch diese Frage gestellt. Dann hat er gesagt, ja, aus vielem geht hervor, dass Paulus möglicherweise Epileptiker war. Aber das ist doch keine Beleidigung. Viele Menschen, der Naaman, zum Beispiel der Feldherr bei Elisha, wird als schwer epileptisch geschildert. Viele Menschen, oder Miriam, die Schwester des Moses, war hautkrank. Es gibt viele kranke Menschen in der Bibel. Das wird uns auch erzählt. Was ist denn da los mit der Aufregung, dass der Paulus uns geschildert wird in den Vor-Damaskus-Erlebnissen, dass er plötzlich einen starken Stich bekam, um viel von dem Pferd nicht mehr stehen konnte, nicht mehr reiten konnte, drei Jahre wettlägerig war nach der einen Fassung. Das ist der Text, das ist nicht meine Fantasie. Und da ist gar nichts Negatives zu sagen. Er ist nachher geheilt worden, übrigens in der Arawa, nicht in Arabien, durch Ärzte aus Qumran. Das waren die besten jüdischen Ärzte aus der Gemeinschaft von Qumran. Und die haben ihn geheilt und behandelt. Sollte man glücklich sein und Danke sagen. Er sagt ja, ich bin Jude aus Judayon. Ich bin kein Randjude, ich bin ein Zentraljude. Und dieser Paulus hat eventuell diese Krankheit gehabt. Das macht ihm doch nicht schlechter. Nein, er kann trotzdem zu seiner Bekehrung gekommen sein. Das hat nichts damit zu tun. Hat damit gar nichts zu tun. Nein, bekehrt ist er sowieso nicht worden vor Damaskus. Denn wir haben die griechischen Texte, sein Griechisch, nicht meins und nicht ihres. Und das macht die Sache leichter, wir brauchen da nicht Hebräisch. Sein Griechisch spricht ausdrücklich von Berufung. Berufung. Und das ist ein Riesenunterschied zwischen Bekehrung und Berufung. Aber er ist ein anderer geworden. Wunderbar. Wir ändern uns alle hoffentlich zum Guten, wenn wir älter werden. Er hat sich berufen gefühlt, diesem Messias Israels zu dienen. Aber es war von, und das haben viele vernünftige Menschen christlicherseits, heute langsam eingesehen. Nicht meine Idee. Steht so geschrieben, Epistrophe oder Epiklassis, wären die griechischen alternativen Worte in seiner Sprache. Und er verwendet den Ausdruck für Berufung. Da ist keine andere Möglichkeit. Ist inzwischen auch von vielen christlichen Auslegern gebräuchlich. Wir hatten jetzt einige kritische Stimmen, die es natürlich immer gibt, ist doch völlig klar. Aber da möchte ich doch auch einmal, den habe ich mir rot eingestrichen, einen Brief von einem Zuschauer vorlesen. Der schreibt nämlich, vor kurzem habe ich Kritik geübt am Auftreten von Frau Dr. Lapid. Ich weiß nicht, ob ich meine Mail sie erreicht hat. Doch, der hat mich erreicht. Nachdem ich weitere Sendungen mit Frau Lapid sah, möchte ich meine kritischen Sätze relativieren. Es ist großartig, welche Inhalte durch Frau Lapid vermittelt werden. Es wäre zu wünschen, man könnte sie öfter hören und sehen. Danke, lieber Zuschauer. Danke. Das gibt es auch und natürlich haben Sie... Der Mann ist redlich. Der Mann ist redlich, ja. Kommst du nur immer an zu klagen, lieber Henning? Nein, ich klage ja gar nicht an, aber ich... Ich zitiere Goethe. Ach so. Jetzt eine Zuschauerin aus Limburg, die früher in Mönchengladbach gewohnt hat und die sie auch kennt aus Vorträgen. Und da, die geht auch auf die Frage des jüdischen Volkes an und schreibt, sie hat bei ihnen gelernt, erstens die christliche Enterbungstheologie, dass die falsch ist. Und dann hat sie gelernt, dass im Römerbrief steht, Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Und damit meinte er das jüdische Volk. Also dazu will ich mich äußern. Ja. Also was meinen Sie mit Enterbung? Sie schreibt hier, dann wurden wir auch bezüglich der christlichen Enterbungstheologie. Wie kommt sie denn? Sie meint, dass die Kirche gesagt hat, ich bin im ganzen Mittelalter. Ja. Ich bin wahrscheinlich. Ja, ja, das ist ja... Ich bin das wahre Israel, hat die Kirche gesagt. Ich bin das neue Israel, ja. Ja. Und das ist natürlich Unsinn, denn Jesus von Nazareth hat gesagt, ich bin zu den Schafen Israels gekommen und sie wollen doch jesuanische Worte nicht umwerfen, ja. Ja. Also das gilt es zu zitieren. Und Paulus bestätigt das ja, das sagt sie. Und jetzt, Paulus bestätigt das und mit den glühendsten, schönsten Worten, die man sich vorstellen kann. Hat Gott sein Volk verstoßen? Meganeutod, Gott bewahre, heißt das auf Griechisch. Ja. Und er sagt, und die Bündnisse mit den Vätern und mit der Zukunft, nichts wird verworfen. Die Bündnisse Gottes mit Israel bleiben bestehen. Eine weitere Zuschauerin, wieder mit einer ganz schwierigen Frage an Sie, auch persönlich an Sie. Also erstmal beklagt sie, dass sie immer hohen muss, die Sendezeit ist schon vorüber, die Sendezeit ist zu kurz, eine halbe Stunde sei zu kurz. Aber ich glaube, wir sollten bei dem Halbstundenrhythmus der Sendungen bleiben. Die fragt jetzt sehr persönlich, stellt sie die Frage an Frau Lapid und sie schreibt dabei, sie möge mir vergeben. Die Bibel sagt, dass es nur einen Weg gibt von Schuld und Sünde frei zu werden. Einmal durch Opferung eines Tieres im Alten Testament und Neutestamentlich durch die Anerkennung der Tatsache, dass Jesus Christus stellvertretend für uns unsere Schuld ans Kreuz getragen hat. Das Lamm, das geopfert wurde. Das kann er nur als Gottes Sohn, nicht als Prophet. Frau Lapid, soweit ich es verstehe, erkennt Jesus Christus als großen Propheten an, aber nicht als Sohn des Allmächtigen, des Schöpfers. Wie denkt sie, ihre Schuld loszuwerden, wenn sie nicht Jesus als Opfer in Anspruch nimmt? Ich will kurz zwei Sachen antworten. Dazu bräuchte ich eigentlich eine Stunde. Das ist eine unheimlich interessante, auch theologische... Ich brauche dazu eine Stunde, ich will aber auf zwei Punkte antworten. Wenn sie nach Hause kommen von der Kirche, fällt mir oft sehr auf, auf verschiedenen Worten, katholisch oder evangelisch, Jesu Leib für dich gegeben, Jesu Blut für dich vergossen, freuen sie sich, dass das geschehen ist. Wenn das geschehen ist, dann ist es vor allem für Israel geschehen, denn er kannte gar keine Christen, erstens einmal. Wenn dem so wäre. Ja, aber Jesu Leib für dich, das heißt auch für sie. Und wo bleibt das Hauptwort, das wesentliche Wort von Jesus und tut Buße und kehret um, das vermisse ich sehr. Und zwar gibt es das vor der Bergpredigt und auch sonst immer wieder, wo Jesus sagt, bevor du in den Tempel gehst, und er war für den Tempel, er war nicht gegen den Tempel, gegen den Kult. Bevor du in den Tempel gehst, bevor du zu Gott gehst, tut Buße, kehret um. Das habe ich bei manchen, ich sage nie kollektiv allen, bei vielen Christen bis heute nicht beobachten können, mehr umkehren. Es gehört aber eigentlich dazu, die Beichte und das Buße tun. Nein, nein, die Beichte ist wieder eine andere Klasse, das Buße tun, das Wiedergutmachen, den Schmerz, den du zugefügt hast, den wieder ins Lot bringen, das vermisse ich. Ja, das gehört dazu. Ja. Aber wie werden Sie Ihre Schuld los? Erstens mal habe ich das wundervolle Wort der Propheten von Abraham über Ezekiel, Jeremia, Habakuk, der Mensch steht vor Gott, jeder, auch Jesus verlangt das von ihnen. Sie haben kein Ruhekissen und sagen, der Jesus ist ja gestorben. Nein, wenn sie was Unrechtes getan haben, dann sind sie aufgerufen, ja, das wieder gut zu machen, aufrecht in Gang zu gehen. Und dann, Habakuk sagt, der Mensch lebt in seinem Glauben und das ist wesentlich wichtig, auch heute für Sie und für mich und für jeden anderen. Haben wir Unrecht getan? Es passiert. Schleunigst, Mechhanoja, Umkehr. Und der Begriff Wiedergutmachung ist natürlich ein schlechtes deutsches Wort, denn man kann manche Sachen, viele, nicht wiedergutmachen. Man kann gestohlenes Gut wiedergeben, zum Beispiel. Man kann einem Menschen, dem Böses getan wurde, helfen, auf die Beine wieder helfen. Das kann man alles Mögliche. Also das ist damit gemeint, nicht Phrase Wiedergutmachung. Ich habe hier ein Schreiben von einer Zuschauerin aus Bocholt, die auch einige von ihren Gedichten dabei liegt. Ich werde die an die Redaktion weitergeben, die bei uns Gedichte bearbeitet. Wir haben ja in Zukunft auch literarische Sendungen, in denen wir Gedichten unserer Zuschauer zitieren. Oh, da habe ich viel, sämtliche großen Prophetinnen waren große Dichterinnen. Das, äh, wir in jeder literarischen Sendung zitieren wir Texte, literarische Texte aus der Bibel, die ja wirklich wunderschöne Dichtungen sind. Schon immer war eine kleine Dichterin. Wobei sie am aller Schönen, nein, besonders schön sind, wenn sie in der lutherischen Übersetzung sind. Luther war ein großer Sprachkünstler. Da gebe ich Ihnen zu, da stehe ich Ihnen zu, aber Sie haben keine Ahnung, wie schön es im Hebräischen ist. Und wie unverständlich für mich manchmal Luther ist. Ja, das ist auch manches unverständlich, aber manche Psalmen und so ist sprachlich so wunderschön. Weil Sie das Hebräische nicht kennen. Immer, wenn man, wenn wir lesen, manchmal in der Redaktion auch andere Bibeltexte und ich greife dann immer wieder zu Luther, weil Luther ist nicht nur vertraut, sondern klickt auf den Schlaf. Wer sind denn die Wasser im Südland zum Beispiel? Ja, das weiß ich. Oder den Seinen gibt es der Herr im Schlaf. Ja, 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 ich weiß, ich weiß, es ist richtig, das haben wir ja schon oft genug. Aber sie schreibt hier, jetzt von der Bergpredigt, diese Zuschauerin, und wollte sich bei Ihnen eigentlich nur bedanken. Gestern haben Sie in der Bergpredigtlehre, dass uns Vertraute selig sind, durch Glückselig ersetzt. Ist das besser, Glückselig? Wesentlich besser, denn selig hat einen mutigen Geruch. Außerdem habe ich das nicht erfunden, das Ganze, sondern ich habe es aus dem Psalter genommen. Und da sind, wie Sie wissen, sehr viele Psalmen, die mit demselben Wort Aschrei, nämlich glückselig, beginnen. Glückselig sind die, die das und das in den Wegen Gottes tun. Und das ist ganz wunderbar. Fügt sie aber hinzu, das finde ich überzeugend, schon von der Poesie des Wortes her. Jetzt zitiert sie Professor Wilhelm Gößmann aus Düsseldorf, der unlängst in einem Vortrag in der katholischen Thomas-Morris-Akademie in Benzberg sagte, Es müsste glücklich heißen, dass selig, sie schlägt also vor, das selig auch noch wegzulassen und nur glücklich. Können Sie damit leben? Nein, das glaube ich nicht, denn glücklich ist etwas sehr Irdisches. Ach, ich bin glücklich, dass die Zeitung wiederkommt. Oder ich bin glücklich, dass die Geschäfte länger aufmachen am Abend. Das ist glücklich, das ist etwas sehr Irdisches, Prosaisches. Weil glückselig viel umfassender ist und wie gesagt, nicht von meinem Daumen heraus gesaugt ist, sondern von den vielen Psalmen, die das verwenden. Ja, also ich finde auch, dass glückselig... Ich gehe nie mit meiner eigenen Fantasie, sondern mit der Basis der hebräischen Texte. Wir kommen jetzt im nächsten Brief, in dem nächsten Schreiben aus Würzburg auf etwas völlig anderes. Und zwar eine Frage, sagt das Wort Gehilfin in der Genesis, wir kennen ja das Wort in der Schöpfungsgeschichte, korrekt übersetzt aus dem Hebräischen. Heißt das auch Gehilfin oder hat das dann noch eine andere Bedeutung? Warum? Hier Irte, Luther, die Katholische. Ja, wir sind wieder bei Luthers Irrtum. Nein, es ist verschieden. Mal ist die Katholische besser, mal Luther wirklich. Es ist ganz verschieden. Und es gibt ja auch verschiedene Übersetzungen. Die Eva ist gedacht in der Schöpfungsgeschichte als Eserkenekto. Hier haben sie das Hebräische. Nun, in der katholischen Übersetzung ist sie eine Gehilfin. Bei Luther ist sie eine Gehilfin. Und das hat einen in der schönen deutschen Sprache einen kleinen niedrigen Beigeschmack. Also Hausgehilfin, Farmgehilfin und dergleichen. Ja, also nicht so sehr voll. Während Hilfe ihm entgegen, wie es in dem Fall bei den Katholiken heißt, ist zum Beispiel derselbe Begriff, wie der im Psalter vorkommt. Woher kommt mir Hilfe? Ein, ja wo ist Rie? Woher kommt meine Hilfe? Von Gott, von den Bergen. Ja, das ist doch ein Wort, ein Trost. Sie hat dasselbe Wort, Eser, wie der Psalter und das mit Absicht. Sie ist eine ganz große Hilfe für ihren Mann. Sie ist Hilfe und Trost. Wenn die Kooperation gut ist, ist es eine ganz mehr wie Trost und dergleichen. Hilfe unter den Armen. Es geht gar nicht anders. Männer, ich würde Ihnen sagen, wenn Sie sechs Kinder großziehen müssen oder mehr und mal eine Grippe haben, sind Sie doch schon erledigt. Männer? Ja, natürlich, wissen Sie doch. Damals ohne Antibiotika. Aber nein, und dieses, das geht noch weiter, dieses Hilfe. Es gibt Frauen, die so hypokondrisch sind. Auch ich, ja. Es gibt Eser-Kennekdo. Der Begriff heißt Hilfe ihm entgegen. Das heißt, sie ist kein Lahmarsch, wie man in Bayern sagt. Entschuldigen Sie. Sie darf auch gelegentlich anderer Meinung sein. Und das ist das Tolle. Das Wort wiederverwenden wirkt. Wir müssen zum Ende kommen. Ich möchte aber noch eine Frage stellen. Und zwar, das bezieht sich nämlich auf die Gehilfin oder eben nicht Gehilfin. Paulus im Korintherbrief, die Frau schweige in der Gemeinde. Paulus sieht sie auch als Gehilfin. Ich glaube nicht, aber da können wir alle nur meinen. Wir können da nicht mehr wie meinen. Diese Stelle ist schon sehr viel diskutiert worden. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Sie kommt immer wieder. Sie ist zum Glück nicht mein Problem. Es ist ein christliches Problem. Es kommt im Christentum in den Büchern vor, nicht bei mir. Trotzdem, wir sind so verwandt miteinander. Und die Quellen, die Ursprünge sind so hebräisch, dass ich mich nicht distanziere. Und ich halte von Paulus und seiner Weisheit sehr viel. Ich glaube nicht, dass Paulus für alle Frauen, für alle Zeiten, für alle Zukunft so etwas gesagt hat. Ich weigere mich, das zu glauben. Ich will Ihnen aber sagen, was es sein kann. Korinth war damals die größte Hafenstadt des Nahen Ostens. Und da waren sehr viele Bordelle. Damals waren noch auf den Schiffen, nicht wie heute, bei 400.000 Tonnen sieben Matrosen. Da war es umgekehrt. 400 Matrosen bei sieben Tonnen. Und für diese Frauen war dieser merkwürdige Mann, Paulus, wir haben schon einiges besprochen, dieser merkwürdige Mann, wie Frauen halt sind von diesem Kaliber, Grund zu einem hämischen Gelächter. Und diesen Frauen, diese meinte er, wenn er einen Brief nach Korinth schrieb, diese Weiber mögen in der Kirche schweigen. Und dann macht es Sinn. Wir haben noch weitere Fragen zu Paulus und den Frauen. Und da kann man wirklich auch noch ganz viel sagen. Wir werden das in der nächsten Sendung, hoffe ich, dass wir mit diesem Thema wieder anfangen, weil es wirklich ein unheimlich spannendes und interessantes Thema ist. Gerne. Zunächst ganz herzlichen Dank für die heutige Sendung. Auch Ihnen vielen Dank, liebe Zuschauer. Wenn Sie Fragen an Frau Prof. Ruth Lapid haben, Fragen zum Alten Testament, Fragen auch zum Neuen Testament, schreiben Sie uns, schreiben Sie an Bibel TV in Hamburg. Und in der nächsten Sendung werden wir dann auf Ihre Fragen wieder eingehen. Ganz herzlichen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.